In den Perspektiven können Sie jetzt in das Leben einer buddhistischen Nonne eintauchen. Ihr Name ist Chandra Kjara Em, 28 Jahre alt und studiert in einem tibetisch-buddhistischen Kloster in Nepal. Im Frauenkloster Kopan ist die Deutsche die einzige Frau aus dem Westen, die das 20-jährige Studium absolviert. Das verheerende Erdbeben, das Ende April Nepal erschüttert hat, hat auch das Frauenkloster in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu getroffen. Glücklicherweise gab es nur Bauschäden. Kathrin Ueltschi mit ihrer Sendung über Buddhas Tochter. Die Nonnen im Kloster Kopan hatten Glück. Zwar wurden Mauern und Dächer beschädigt, Tote hatten sie glücklicherweise keine zu beklagen. Angst ist aber immer noch ihr ständiger Begleiter. So finden nach wie vor fast alle Unterrichtsstunden im Freien statt. Vor ein paar Tagen konnte ich mit Chandra Kjara Em in Nepal telefonieren und sie nach der aktuellen Situation im Kloster befragen. Die Tonqualität des Gesprächs ist leider nicht besonders gut. Die meisten der Nonnen schlafen noch immer in Zelten außerhalb der Gebäude, obwohl die Nachbinden mittlerweile genastelassen haben. Dass die Nonnen immer noch draussen in Zelten schlafen, hänge nicht mit einer wirklichen Gefahr zusammen, betont die Buddhistin. Sie selbst schlafe wieder drinnen. Der posttraumatische Stress sei für viele aber enorm. Wenn es ein bisschen ruckelt, ein Flugzeug zu tief landet, ein zu grosser Lastwagen vorbeifährt, jeder die Panik bekommt, es geht wieder los. Nur bis Mitte Juni gab es noch schwächere Nachbeben. Die Angst aber sitze tief. Auch das Studium findet momentan noch im Freien statt, was den Unterricht einschränkt. Niemand ist 100% bei der Sache. Weil es regnet, weil man nicht drin ist, weil es keine Gebäude über dem Kopf gibt etc. Starke Regenfälle erschweren ein normales Leben noch. Der Alltag aber kommt zumindest in der nepalistischen Hauptstadt Kathmandu langsam zurück. Mit der jungen Buddhistin Chandra Kiara Em hatte ich bereits vor dem verheerenden Erdbeben Ende April Kontakt. Dass sich eine junge Deutsche für ein 20-jähriges Studium in einem Kloster in Nepal entscheidet, fand ich beeindruckend. Als die buddhistische Nonne vor ein paar Monaten Europa besucht hat, konnte ich sie in Frankfurt treffen. Fast jedes Jahr reist die Buddhistin nach Europa, um ihre Familie in Italien und Deutschland zu besuchen. In dieser Zeit jettet sie von einer Stadt zur nächsten und besucht Verwandte und Freunde. Sie bleibt immer nur ein paar Tage an einem Ort. Dann packt sie ihre sieben Sachen zusammen und bricht wieder auf. Die 28-jährige Nonne reiht auf ihrer Europa-Reise Termin an Termin. Ämterbesuche, Ausflüge, Städtereisen, Familientreffen. In diesem engen Zeitplan nimmt sie sich auch noch Zeit für ein Interview. Gestresst wirkt die junge Frau, die mit ihrem kahlgeschorenen Kopf jungenhaft wirkt, nicht. Sie erzählt ausführlich aus ihrem Leben. Chandra Chiara-Ehm ist mit buddhistischen Eltern aufgewachsen. Ihr deutscher Vater und ihre italienische Mutter sind mit dem Mädchen durch Indien, Nepal und durch die buddhistischen Zentren Europas gereist. Schon früh hat sie so Einblick in das klösterliche Leben bekommen, das sie von klein auf fasziniert hat. Als Kind wollte ich schon Mönch werden. Das ging natürlich nicht. Und dann habe ich mit 14 und 15 Uhr unterstanden, dass es mit dem Mönch werden nicht klappt. Aber hatte immer noch diese Anziehung für dieses Leben. Eines ihrer prägendsten Erlebnisse hatte sie mit 14. Sie ist mit ihren Eltern wieder nach Nepal gereist und hat in Kathmandu gleich gegenüber von einem tibetischen Kloster gewohnt. Dieses Bild hat sie nicht mehr losgelassen. Mit 20 Jahren liess sich die junge Frau ordinieren. Zwar habe sie schon hin und her überlegt, ob das die richtige Entscheidung sei, erzählt die Buddhistin. Schlussendlich sei ihr dieser Schritt dann aber doch sehr leicht gefallen. Aber ich muss halt auch wirklich nichts aufgeben. Also man denkt ja immer, man muss dann asketisch werden und alles aufgeben, was einem wichtig ist im Leben. Aber das war in meinem Fall irgendwie nicht der Fall. Also ich habe mich nie besoffen in meinem Leben und ich hatte nie eine Beziehung, wovor ich mich ordinieren lassen habe. Weil ich immer dachte, ja, so viel Zeit muss man eigentlich nicht investieren. In was, was naja sowieso, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich würde dann doch Zeit verschwenden. Liebesbeziehungen, Familie und Kinder, diese Lebensperspektive hat sie nicht angezogen. Dafür das Leben in einer Glaubensgemeinschaft. Von einem Tag auf den anderen verliess sie ihr altes Leben. Als ich mich ordinieren lassen habe, ich habe bis zum letzten Tag meine Haare frisiert und meinen Schmuck getragen und jeder hat gross gelästert. Er hat gemeint, das kann nicht sein, man muss entsagen. Und du meinst es gar nicht ernst. Aber als ich mich ordinieren lassen habe, dann war es auch kein Problem, es einfach nicht mehr zu tragen. Chandra Chiara-Ehm hat sich im italienischen Institut Lama Zonkappa in der Toskana ordinieren lassen. Als Novizin hat sie auch einen neuen Namen bekommen, Tenzin Zomo. Tenzin ist der Name des Lehrers, der sie ordiniert hat. Zomo ist der persönliche Name und heisst so viel wie weiblicher Ozean. Hat der persönliche Name etwas mit ihrer Person zu tun? Das ist die typisch westliche Frage. Da fragen alle Westler. Also der Name an sich, also Tenzin heisst der Halter der Doktrin, der Halter des Dhammas, der Lehre des Buddhas und Zomo heisst der weibliche Ozean, also der Halter der Doktrin. Breit wie der Ozean könnte man es übersetzen, aber so eine Frage würde kein Tibeter stellen. Diese Namen seien für Tibeter so normal wie für uns Anna oder Lena. Die Bedeutung spiele keine grosse Rolle. Stellt man sich eine feierliche Namensvergabe vor, täuscht man sich. Bei ihrer Ordination, so erzählt Tenzin Zomo, hätte der Lehrer einen Stapel Zettel mit Namen drauf gehabt und diese reihum an die frischgebackenen Novizinnen verteilt. Keine Spur von Romantik. Mit geschorenem Kopf und in der weinroten Nonnentracht hat Tenzin Zomo ein Jahr lang buddhistische Texte in Italien studiert, bis sie gemerkt hat, dass sie etwas anderes sucht, etwas Authentischeres. Es ist wie wenn man katholische Theologie in Kalkutta studiert. Das mag schön und gut sein in Kalkutta und auch ein gutes Studium. Und das gleiche Studium in Italien war auch sehr gut. Es war ein sehr gut organisiertes Studium. Aber wie katholische Theologie in Kalkutta ist halt auch tibetischer Buddhismus in der Toskana kulturell und geografisch deplatziert. Sie hat die Nähe zur tibetischen Kultur vermisst. Und sie hat sich einsam gefühlt. Schon als Kind hatte sie davon geträumt, in einer Klostergemeinschaft zu leben. In Italien aber hat sie am Institut nur studiert. Gewohnt hat sie ausserhalb. Dazu gekommen ist, dass die meisten westlichen buddhistischen Nonnen bereits etwas älter waren. In Europa lässt sich kaum je eine 20-Jährige zum Nonnenleben bewegen. Auch ihr Lehrer hat sie unterstützt, den Ausbildungsort zu wechseln. Gleichaltrige würden ihr gut tun, so seine Meinung. Für ihr neues Studium standen fünf Klöster in Indien und Nepal zur Auswahl. Ausgesucht hat sich die junge Nonne ihr neues Zuhause aber nicht selbst. Ne, ne, so läuft der Hase nicht. Da wird in der tibetischen Tradition ganz traditionell eine Divination gemacht. Eine Divination, auch Mo genannt, ist ein Ritual, dem man sich bei wichtigen Entscheidungen unterzieht. In einem Meditationszustand stellt der Lehrer Fragen und wirft dazu Würfel. Die Antwort liest er danach aus den Würfeln heraus. In ihrem Fall hat die Divination ein Kloster in Indien bestimmt. Das war ganz holprig gewesen. Eigentlich wollte ich nach Indien gehen und ich hatte ein fertiges Visum für Indien, meine Koffer gepackt, weil die erste Divination war gut für Indien. Und dann zwei Tage bevor ich gefahren bin, da drin wurde ich mich dann irgendwie gerufen, also mein Abt, und hat dann gesagt, das ist mit Indien, ist nicht, das ist dann doch Nepal. Und dann musste ich innerhalb von zwei Tagen ein Flugticket umbuchen und das Visum dann neu organisieren und alles. Diese Divination ist, wie gesagt, eine Sache. In der Heiligkeit der Lama sagt, das ist eine recht traditionelle Geschichte. Man kann daran glauben oder auch nicht. Man kann daran glauben oder nicht. Tenzin Zomo hat an dieser Änderung nicht gezweifelt, spontan umgebucht und sie hat sich gefreut. Nepal war ihre alte Liebe. Als 22-Jährige ist Tenzin Zomo nach Nepal zurückgekehrt. Sie hat sich wieder an das 14-jährige Mädchen erinnert, das sie war, als sie das letzte Mal in dieser Stadt gewesen war. Und sie hat sich noch genau daran erinnert, wie sie damals gegenüber diesem Kloster gewohnt hatte, in das sie nun eintrat. Das Kloster Koppan in Kathmandu gehört zur Gelug-Tradition, eine der vier tibetisch-buddhistischen Richtungen. Dieser Tradition gehört auch der Dalai Lama an. Die meisten der 400 Nonnen sind Tibeterinnen, die mit ihren Familien nach Nepal geflüchtet waren. Tenzin Zomo ist die einzige Frau aus dem Westen. Der Einstieg in die tibetische Kultur sei nicht leicht gewesen, erinnert sich die junge Buddhistin, zumal sie anfangs noch kein Tibetisch gesprochen hat. Ich glaube, ich konnte Hallo sagen, das ist Le und wie geht's, konnte ich glaube ich noch sagen. Interessant war es eigentlich, dass obwohl der Hauptteil der Sponsoren dieses Klosters aus dem Westen kommt und obwohl der Hauptteil der Lehrer dieses Klosters aus dem Westen kommt, da wenig Interesse war, dass wenn jemand aus dem Westen kommt, der vielleicht auch Hilfe braucht. Also ich bin da angekommen und es war recht willkürlich. Also ich war immer zehn Minuten zu spät, weil ich nicht wusste, wohin. Es hat dann irgendwie gebimmelt und alles ist los. Ich konnte aber auch niemanden fragen, weil ich die Sprache ja nicht konnte und bin dann immer hinterhergerannt. Ich wusste aber auch nicht, wohin. Und die Menschen, die Englisch gesprochen haben, die kannte ich damals noch nicht und wusste nicht, dass sie Englisch sprechen. Die habe ich dann erst viel später kennengelernt, als ich dann schon Tibetisch gesprochen habe. Und das hat mich überrascht, dass da so eine Resistenz war, sich da zu öffnen. Auch einer Person, die halt nicht aus dem Kulturkreis kommt, wo die eigentlich hin und her kommen. Kein Mensch hatte auf sie gewartet. Offizielle Unterstützung hat sie keine bekommen. Mit der Zeit habe sie gemerkt, dass andere neue Nonnen sehr wohl unterstützt wurden, erzählt die junge Frau. Kloster interne Dorf oder Familienclans würden einander helfen. Traditionell ist es ja so in den Klöstern, dass man so eine gewisse Lobby hat. Also wenn jetzt der Uri-Clan da in dem Kloster vorhanden ist und sie kommen aus Uri, treten in das Kloster ein, dann hilft die älteste Uri-Nonne, ihnen das beste Zimmer zu bekommen. Kommen sie aber nun aus Graubünden, und es gibt niemand aus Graubünden, dann stehen sie da erst mal. Und dann hilft auch niemand. Dann ist es nett, dass sie da sind, aber gut, dann muss man halt mal sehen. Tenzin Zomo hat Jahre gebraucht, bis sie sich wirklich wohl fühlte, bis sie die Sprache konnte, Freundinnen gefunden und sich mit der tibetischen Kultur angefreundet hat. Auch wenn sie diese Anfangszeit, in der sie viele Tränen vergossen habe, nicht schön reden wolle, sagt die junge Nonne, habe ihr dieser harte Einstieg auch Vorteile gebracht. Es hat mir natürlich geholfen, komplett in die tibetische Welt einzutauchen und tibetisch so schnell wie möglich zu lernen. Ich glaube, ich kann jetzt komplett den Tibeter spielen. Also da bin ich durchweg professionell. Aber ja, das war anstrengend. Die junge Buddhistin benutzt klare Worte, drückt ihre damalige Überforderung, auch ihre Enttäuschung deutlich aus. Grundsätzlich habe sie aber nie an ihrem Weg gezweifelt. Was mir immer geholfen hat, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr abergläubig an, dass mein Lehrer mich halt dahin geschickt hat. Und er dachte, das wäre der beste Ort. Und das Vertrauen in diese Entscheidung hat mir dann immer geholfen, zu sagen, okay, es ist jetzt nicht willkürlich, dass du dich hier hingesetzt hast. Da ist jemand, der mit viel mehr Erfahrung denkt, es ist eine gute Sache, dass du das machst. Heute, sechs Jahre später, fühlt sich die junge Nonne in ihrem Kloster wohl, auch wenn sie betont, dass sie nach wie vor die deutsche Sprache vermisse. Das buddhistische Klosterleben ist geprägt von einem strukturierten Tagesablauf. Von 4.30 Uhr bis halb 11 Uhr nachts finden Gebets- und Meditationsstunden sowie Philosophie, Sprach- und Naturkundeunterricht statt. Bildung ist in der Gelug-Tradition äusserst wichtig und zwar ausgiebige Bildung. Das Studium dauert 20 Jahre. Die Nonnen beschäftigen sich hauptsächlich mit fünf grossen Texten der indischen Nalanda-Tradition, die heissen Perfektion der Weisheit, der mittlere Weg, Abhidamma, was der dritte Teil des buddhistischen Pali-Kanons ist, dann die monastischen Disziplinen und im fünften Text geht es um die Lehre der Logik. Und diese fünf Texte werden mit den indischen und dann diebetischen Kommentaren in der Debattenform über 20 Jahre gelehrt. 20 Jahre lang fünf Texte lernen. Ist das nicht etwas übertrieben? Kann man diese Texte nicht auch in kürzerer Zeit studieren? Ein intelligenter Schweizer Professor könnte das sicherlich in vier Jahren zusammenfassen. Die Frage ist halt, was will man da rausbekommen? Also möchte man ein akkurates Fachwissen über diese Texte haben? Möchte man die Inhalte dieser Texte realisieren? Möchte man diese Texte debattieren können? Möchte man diese Texte inhaltlich kennen, debattieren können und sie realisieren? Die Inhalte, was ist da die Anforderung? Das ist die Frage. Also wenn man an eine Universität geht und diese Texte vier Jahre lang studiert, kennt man die sicherlich auch. Aber die Idee hinter so einem Studium ist ja eigentlich, dass man die Inhalte dieser Texte in sich aufnimmt und versucht zu verwirklichen. Um den Inhalt der Texte in sich aufzunehmen und zu verinnerlichen, spielen im tibetischen Buddhismus die Debatten eine wichtige Rolle. Nonnen und Mönche lernen zu argumentieren, aus den Schriften zu zitieren, sie lernen, Thesen zu verteidigen. Und das tönt dann zum Beispiel so. Was für das ungeübte Ohr wie ein wildes Durcheinander tönt, ist eine Debatte, die klaren Regeln unterliegt. Durchschnittlich wird eine Stunde lang argumentiert, gegenargumentiert und dann wieder neu argumentiert. In den Klosterhöfen verteilen sich die debattierenden Pärchen. Eine Person sitzt, die zweite steht. Die Stehende verteidigt ihre These lauthals mit Körpereinsatz, unterstützt durch Händeklatschen, Kopfnicken und energischen Schritten nach vorne. Doch hauptsächlich verteidigt die Nonne ihre These mit Argumenten. Debattiert werden die philosophischen Texte. Die Nonnen hinterfragen Kernaussagen, suchen Antworten darauf, alles untermauert mit Zitaten aus den fünf Schriften, die sie hier über 20 Jahre studieren. Tenzin Zomo erklärt den Aufbau einer Debatte am Beispiel eines profanen Themas. Der Kaffee ist grün, da würden sie sagen, nein, der ist braun. Und ich müsste Argumente finden, um meine These, der Kaffee ist grün, klarzumachen ihnen. Sie würden meine Argumente aber nicht bejahen. Und somit müsste ich mit Textzitaten kommen, die meine These unterstützen, der Kaffee ist grün. Sie bejahen immer noch nicht. Und meine Argumentationslinie wird somit schwammiger und schwammiger, bis ich mich irgendwann selber widerspreche. Und dann ist die Debatte beendet. Am Ende der Debatte ist mir also klar, der Kaffee ist eigentlich nicht grün, er ist braun. Je besser man die philosophischen Texte auswendig kennt und weiss, welche Passagen als Argumente geeignet sind, desto besser kann man auch debattieren. Die These kann bewusst falsch, aber auch richtig sein. Beide Seiten werden geübt. Wenn ich Ihnen aber jetzt ein Beispiel bringe, der Kaffee ist braun und Sie sagen, nein, er ist grün, dann bringe ich Argumente und Textzitate, die erklären, dass der Kaffee eigentlich braun ist. Und da der Kaffee ja wirklich braun ist, werden durch die Argumentationen und durch die Zitate, die ich bringe, wird die These immer, immer klarer. Und somit hat man am Ende dieser Debatte Thesen und eine logische Argumentationslinie dazu, wie diese philosophischen Thesen eigentlich funktionieren. Das Debattieren ist eine geistige Höchstleistung, aber auch ein sinnlicher, lustvoller Akt. Die Nonnen schmunzeln, vertreten mit vollem Körpereinsatz ihre Thesen, doch fehlen ihnen, wie beim vorherigen Beispiel zum grünen Kaffee, die zündenden Argumente, geben sie irgendwann auf. Dann bricht oft herzhaftes Lachen aus, Lachen über diffuse Argumente, wilde Zusammenhänge und spekulative Interpretationen. Debatten können auch in Gruppen geführt werden. Das tönt dann so. Was bei den Zweierdebatten noch einigermassen strukturiert klingt, tönt nun nur noch wie ein wildes Drauflosschreien von allen Seiten. Für uns ist es schwer vorstellbar, dass man sich in diesem Wirrwarr noch versteht und konzentriert argumentieren kann. Das Nonnenkloster in Kathmandu ist dem Männerkloster Kopan angeschlossen. Und das Frauenkloster hat nicht etwa eine Äbtissin, sondern einen Abt. Wie in der römisch-katholischen Kirche tun sich auch die Buddhisten mit der Gleichberechtigung der Geschlechter schwer. In allen buddhistischen Traditionen sind Frauen untervertreten. Sie fehlen oft ganz in den religiösen Strukturen und müssen um Anerkennung und Ausbildungsmöglichkeiten kämpfen. Die junge deutsche Nonne Tenzin Zomo leitet diese Ungleichheit aus der tibetischen Kultur ab, da tibetische Kultur und tibetischer Buddhismus kaum voneinander zu trennen seien. Ganz traditionell ist es ja auch so, dass das Wort für Frau heisst Pume, das heisst so gut wie niederer Mann. Das sagt einiges irgendwo. Und traditionell war es halt auch leider so, dass die Nonnen die Bediensteten der Mönche waren. Oder Bedienstete des Hauses. Du hattest also eine Hausnonne praktisch. Die tibetische Nonne steht in der Rangordnung hinter dem Mönch. Gleichstellung gibt es in keiner Art und Weise. Das sei ursprünglich aber nicht die Absicht Buddhas gewesen, verteidigt Tenzin Zomo den Religionsstifter. Der Buddha hat sicherlich nicht gesagt, macht eure Mädchen zu Hausnonnen und lasst sie nicht studieren. Aber wenn das die tibetische Kultur so vorgelebt hat, dann wurden dann die Mädchen halt auch zu Hausnonnen und zu besseren Bediensteten gemacht. Das ist eine sehr kulturelle Geschichte. Aber es gibt es ganz ähnlich in der Thai-Tradition und in Sri Lanka gibt es diese krassen Kontraste auch. Und ich glaube in Korea auch und bei den Chinesen auch. Und in Burma auch und bei den Vietnamesen auch. Also das ist eine... Im Buddhismus ist das, glaube ich, in fast allen monastischen Traditionen ist da so ein Abwärtstrend der Frau gegenüber. Die junge Nonne findet keine einzige Ausnahme. Ihr Fazit dazu, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gäbe es in den meisten buddhistischen Traditionen genauso wenig wie in den meisten anderen Religionen. Wie in vielen Glaubensgemeinschaften erkämpften sich im Buddhismus mutige und intelligente Frauen mit viel Durchhaltevermögen immer mehr Rechte. Im tibetischen Buddhismus habe sich die Situation der Frauen erst langsam verändert, als der Dalai Lama und viele Tibeter mit ihm 1959 aus Tibet flohen und nach Indien kamen, erzählt Tenzin Zomo. Und da mit dem Einfluss der Westler, die den tibetischen Buddhismus getroffen haben und mit der feministischen Auseinandersetzung haben sich die Sachen dann langsam geändert erst. Es waren hauptsächlich die Westfrauen, die die Gleichberechtigung anstrebten. Immer mehr Frauen aus Europa und Nordamerika entdeckten den Buddhismus. Fasziniert von Buddhas Lehren liessen sie sich in Klöstern ausbilden und gründeten weltweit neue Klöster. Es waren die Westfrauen, die sich mit dem Dalai Lama trafen und austauschten, die ihn immer wieder zu Kongressen einladen und fordern, dass die Nonnen im tibetischen Buddhismus aufgewertet werden. Der Dalai Lama hat seit langem ein offenes Ohr für diese Anliegen. Ein wichtiger Schritt Richtung Gleichberechtigung hat das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus bereits getan. Er hat das höchste Studium in buddhistischer Philosophie, das in den Klöstern gelehrt wird, den Frauen geöffnet. Und das rechnet ihm die junge Tenzin Zomo hoch an. Bis vor 50 Jahren haben Frauen gar nicht studiert im tibetischen Buddhismus. Und mittlerweile studieren sie und mittlerweile bekommen sie halt auch diesen Titel für diese Studien. Und das ist dank hauptsächlich vom Dalai Lama, der sich da tatkräftig für eingesetzt hat, also sprach- und tatkräftig. Nach jahrelangem Ringen hat der Dalai Lama das Geshima-Degree eingeführt, das Doktorat in buddhistischer Philosophie für Frauen. 2013 traten 27 Nonnen zum ersten Teil des Examens an. Der Prüfungsprozess dauert vier Jahre. So werden im nächsten Jahr, 2016, die ersten Frauen den höchsten Bildungsstand im tibetischen Buddhismus erreichen, den Geshemagrat. Studium ja, aber volle Nonnenordination nein. Noch immer können sich im tibetischen Buddhismus Frauen nur als Novizinen ordinieren lassen. Die volle Ordination bleibt ihnen verwehrt. Zwar hat sich auch der Dalai Lama schon unzählige Male mit diesem Thema befasst, Konferenzen durchgeführt und sich mit Buddhistinnen und Buddhisten auseinandergesetzt. Zu einem befriedigenden Ergebnis ist man bis jetzt aber noch nicht gekommen. Eine volle Nonnenordination würde bedeuten, dass sich die Nonnen zusätzlichen Gelübden unterwerfen müssten. Es würde ihnen aber auch erlauben, höhere Ämter im Kloster zu bekleiden. Die volle Ordination zu fordern und einzuführen, sei nicht einfach, verteidigt junge Novizin Tenzin Zomer das schleppende Verfahren. Die Ordinationslinie sei bei den Frauen abgebrochen und könne nicht einfach so wieder installiert werden. Diese Ordinationsgelübde wurden in einer Linie vom Buddha zum Schüler, vom Schüler zum Schüler weitergegeben. Die Idee ist, dass es da diese Linie gibt vom Buddha her. Dass man nicht einfach sagt, ich finde hier mein Set an Gelübden und mache mal hier mein eigenes Ding. Das ist eine ganz saubere Linie, traditionelle Linie vom Buddha her. Das können die Tibeter Generation zu Generation bis zum Buddha aufzählen. Und diese Linie ist sehr wichtig. Es muss ja authentisch sein. Authentisch ist es ja nur vom Buddha. Und diese Linie ist abgebrochen in der tippetischen Tradition. Diese Ordinationslinie für die Frauen ist abgebrochen. Und da es abgebrochen ist, kann man es halt auch nicht wieder flicken. Das sehen nicht alle so. Viele westliche Buddhistinen schätzen das anders ein. Sie glauben, dass eine Ordinationslinie auch neu eingeführt werden könnte. Aufgebaut und erteilt von Mönchen. Auch Nonnen einer anderen buddhistischen Tradition könnten bei der Ordination mithelfen. Die Nonnenordination widerspiegelt nur ein Streitpunkt in der Geschlechterfrage im Buddhismus. Eine ebenso wichtige Frage ist, kann eine Frau überhaupt erleuchtet werden? Oder muss jede Frau zuerst als Mann wiedergeboren werden, bevor sie die Buddhaschaft erreichen kann? Tenzin Zomo antwortet vorsichtig. Ich würde sagen, ja. Man findet sicher Leute, die sagen nein. Was ich sagen kann, ist, man kann keine komplette Ordination nehmen. Diese Linie ist abgebrochen. Und manche sehen das zum Beispiel als Voraussetzung, dass man Buddhaschaft erleiden kann, man die vollen Gelübde besitzt im eigenen Kontinuum. Und da man es als Frau nicht kann, dann bleibt einfach nur der Mann übrig. Auch wenn die Linie abgebrochen ist und für viele Mönche das Mannsein für eine Buddhaschaft zwingend ist, sind aber im tibetischen Buddhismus auch Sagen entstanden, die ein anderes Bild ergeben. Die Legende der Tara beispielsweise. Es ist die Geschichte einer Prinzessin. Sie hatte durch Meditation eine Stufe erlangt, in der sie das Geschlecht für ihre nächste Wiedergeburt selbst bestimmen konnte. Sie gelobte zum Erstaunen eines Mönchs, «Von nun an bis zur Erleuchtung werde ich ausschliesslich weibliche Inkarnationen annehmen und auch in weiblicher Gestalt Erleuchtung erlangen». Es gibt unzählige Geschichten über unzählige verschiedene Arten der Buddhaschaft, die wildesten Gerüchte darüber, wie Menschen ihre Wege gehen. Im Buddhismus ist aber eines sicher, und das ist die Wiedergeburt. Man wird so lange im Kreislauf des Lebens, im Samsara, festgehalten und wiedergeboren, bis Mann oder eben Frau die Buddhaschaft erreicht. Erst dann kann das Lebensrad verlassen werden. Doch bis dieser Zustand erreicht ist, gibt es viele, viele Wiedergeburten. Deshalb sagt Tenzin Zomo pragmatisch, Als Buddhisten glauben wir ja, dass wir jede Sekunde, dass wir die schätzen müssen, weil wir können ja eigentlich jede Sekunde sterben, in jeder Sekunde, in jeder Minute. Wir wissen ja nicht, wann wir sterben. Das ist ungewiss. Und ob wir im nächsten Leben eine Kuh werden oder ein Mann werden, das ist nicht gewiss. Aber es kann auch sein, dass wir im nächsten Leben ein Mann werden. Und sich somit in diesem Leben unglaublich aufzuregen, dass wir in diesem Leben schlechtere Bedingungen haben, uns über die Männer aufzuregen, ich weiß nicht, ob das eine gute Investition der Zeit ist. Sich in dem einen Leben nicht zu verrennen, sondern über alle Stufen hinweg zu denken, das ist die Devise der jungen Novizin. Tenzin Zomo ist keine feministische Kämpferin. Trotzdem schätzt sie das Engagement des Dalai Lama, der sich auch mit seinen 80 Jahren für die Gleichberechtigung der buddhistischen Nonnen einsetzt. Im Hinblick auf eine Wiedergeburt eilt es der jungen Frau aber nicht. Als Buddhistin hat sie sehr viel Zeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020